Ja, wir bewirtschaften in Rietschen 300 Hektar Teiche, Karpfenteiche, die ja hier in der Region bekannt sind. Unser Hauptfischart sind die Karpfen, aber auch viele andere Nebenfische, die dort leben. Das machen wir hier vor Ort mit vier Personen, haben aber insgesamt sieben Mitarbeiter, weil wir noch einen zweiten Firmenteil haben, der sich mit Gewässerpflege, Landschaftspflege, gartenbaulichen Tätigkeiten beschäftigt. Das sind aber alles ausgebildete Fischwirte, beziehungsweise mein Vater ist Diplomfischereiengenieur und da machen wir alles rund um das Wasser und Wasserpflanzen bearbeiten wir. Wir produzieren circa 120 Tonnen Fisch im Jahr, das sind kleine Karpfen mit 20, 30 Gramm, die wir für uns selbst verwenden. Viele Satzfische, die an Angelvereine ausgeliefert werden und natürlich eine große Menge an Speisefischen, die wir in zwei Hofläden selbst verarbeiten, aber auch lebend an Angelvereine Großabnehmer abgeben. Vielen Dank.